Shake it in Basel, oder in Bern, oder in Zürich, oder egal wo, es ist immer das Beste, Nummer 1! Warum ein Beste Oder weil das Beste 50 Leute 3 Eklis, was denkst du über Burn? Die fucking Partie ist verrückt! Meine Showcase war verrückt! Die Leute sind verrückt! Eklis Ich liebe dich! Bravo! Her heart is not dead tonight She's alive, alive, alive With it Das war's für heute. Und hier haben wir Adam Adamowski und Adrian Widmer. Wie finden die Party? Die ist richtig geil, geht voll ab. Sie war von kurzem erst, aber sie war schon von Anfang an überzeugt. Und was hat ihr von der Xenia? Die ist heiss. Ja, die ist wirklich eine brutale Frau. Und das erschien mich aus. Was ist hier los? Die ist richtig geil, geht voll ab. 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 I love and dance. 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 DJ, NBC, was sind deine nächsten Projekte für die Zukunft? Mein nächstes Projekt ist ganz klar. Am 10. Juli. Loretta Mar. Eine Woche lang. Aber kann man. Als nächstes sind wir dann im September. In Rimini. Und über Sylvester. Bayer Imperiale. Und du unterstützt ihn tatkräftig. Ja genau. Und ich schaue jetzt, dass ich eine gute Zusammenarbeit mit DJ, NBC habe. Das ist heute das erste Mal, als wir zusammen auflegen. Es war mega geil. Und was ist dein Fazit von der Xenia als DJ? Xenia ist eine super Jane. Ich sehe noch eine höhere Jane in ihr als bei den anderen. Nicht böse gegen die anderen Janes, aber sie hat Potenzial. Und eben. Ich habe gerade gefragt, ob ich ihr geholfen habe. Viele habe ich nicht geholfen. Ich habe sie gekostet. Ich habe sie gepusht, indem ich MC gemacht habe. Aber Gras kann ich nicht kaufen. Xenia, was sind deine Pläne für die Zukunft? Was kommt auf uns zu? Ich habe genau jetzt einen Film in Hollywood gedreht. Aber ich will nicht schon Spielerin sein. Ich moderiere gerne. Und Moderation sind meine Pläne. Ich habe genau jetzt eine Sendung auf Englisch gemoderiert. Lifestyle in live. Weiter schauen wir. Ich möchte gerne in wirtschaftliche Moderation gehen. Also etwas mehr über Politik und Wirtschaft und Finanzen. Wie gefällt dir die Preise als Typ? Er ist super. Ja. 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 Ich möchte keine Präne. 1, 2, 3, let's go! Thank you so much, thank you so much! Thank you so much, thank you so much!